so oder wieder bei den plämonen verdammt hat keine ausdauer wobei der händler Ah, hier, gut. Zack, rein da. Kajit hat keine Zeit für dich. Doch, hast du. Draken. Rantenflein. Was haben wir denn hier so magiemäßig? Katana? Beschworen und euch für Ladung. Lebe wohl. Obwohl, im Moment. Kleidung. Teures Hemd. Neu scheißen Helm. Gewicht, hm? Bringt mir sowas überhaupt als Magier was? Ich denke nicht. Achso, Abbruch. Lebe wohl. Südlich des Odai, stimmt's? War wie so ein Quiz. Pilze sammeln. Ähm, naja, gut. Ähm, bla, zu bringen. Folgende Piz. Bis ich auf einer halteren Brücke treffe. Gut. 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 Sieh's aus Stein. Hab ich eigentlich irgendwie so irgendwo was mal... ...gebessert. Außerathletik, das... ...serviert als hier, was hier ein bisschen verbessert, fast. Ach so, rechtsklick. ... ...batsch. Seraifat. ...batsch. 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 Diese Viecher magst du's, Dave? Also echt. Gelähmt. Verdammt. Haha. Sorry, aber ich mag diese Viecher nicht. Tadam. Gut, irgendwie alle außer mir mögen diese Viecher. Das hier ist eine Brücke. Hey, da sind Leute. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Kleines Geheimnis. Aber es dauert nicht zu lange. Was ist, bist du für einer? Neuesten Berichte, dein Beruf. Anina weiter. Und das hier. Nun, ich höre. Ähm, bis ich zur Holzbrücke, nachdem ich die... So, soll ich dann über die Brücke, oder wie? Nee, 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 nee. Am besten ist hier, also... Macht das keinen Sinn. Und... Da-dam-da-dam. Da-da-da-da. Also was sollte ich jetzt alles sammeln? Brettpilz, Violetta, Cuperius, Korkwurzel, ne. Warum ist dieser Baum so besonders markiert? Das ist kein Screap. Das ist auch nicht. Da ist gar kein Vieh da, nur. Stirb! Ach, da unten wird mir die Lebensanzeige angezeigt. Aha, da hab ich noch nie drauf gehofft. Also ein violetter... ...dings. Leuchtender Russula. Nehmen wir einfach mal alles mit, was wir hier finden. So. Leuchtender Russula. Violetter Dings, Brettpilz und Hypha-Bla. Bitte, Christian. Hm. 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 So. 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 down. Undis name. Schleppschme... Ich weiß nicht mehr, wie so ein Bretterpilz aussieht. Bei Hüfer irgendwas... Leuchtender Dings kann ich in Massen mitnehmen. Oder Violetter Bla... Ehm... Wow! Fortschritt beim Reichen eine neue Stufe. Ich hab einen dazugekommen. Was ist denn bitte ein Hüfer Bla oder Bretterpilz? Hm, durch den Sumpf. Na lecker! Ist da was? Ja, ich hab einen Hüfer-Berbett. Das ist ein Hüfer-Bett. Ich hab einen Hüfer-Bett. Ich hab einen Hüfer-Bett. Gifts neutralisieren, Magie entziehen, Wasser atmen, Ausdauer wiederherstellen. Wie... Wie benutzt sich das? Was haben wir hier? Violeta Blah. Schlepp Dings. Der kann... Der kann nicht alles mitnehmen. Der hat nichts. Bringt ein bisschen Geld. Ob es mir das Geld bringt, keine Ahnung. Ich muss mir auf jeden Fall mal Tränke und so kaufen und nicht mal... Da, das könnte ein Bretterpilz sein. Denke ich. Da, ein Bretterpilz und ein Hüfer. Hey, dann hab ich ja alles. Zack. Leiche beseitigen kann man. Bringt das denn was? Nö. Jetzt muss ich aber den Weg wieder zurückfinden. Ha. Und also muss ich gleich karten, also. Ah, den Quest hab ich dann schon mal abgeschlossen. Wow. Erste abgeschlossene Quest dann. Da, äh... Da muss ich hin. Da hoch. Ich muss also so ein Schild mal gucken, was da drauf steht. Ja, der Athletik verbessert sich. Ziemlich oft. Hm. Der Mora liegt in die Richtung. Wo ist das da oben? Ja, komm. Ich bin nicht gearscht, du... etwas. Das. Stirb. Dem Schaden. Okay, hier mache ich erstmal einen Cut. Und beim nächsten Mal gehen wir wieder zurück nach Balmora. Bis dahin, ich bin euer M.K. Indiana Jones. Ja, bis dann. Ja, bis dann.